Babyname, Khloe Kardashian den Anfangsbuchstaben Lüftet Khloe Kardashian, 38, endlich das Geheimnis? Trotz des Dramas um Tristan Domsons, 31, Affäre mit Maralene Nichols entschied sich die Schwester von Kim Kardashian, 42, dazu. Mithilfe einer Leihmutter ein zweites Kind mit ihrem Ex zu bekommen. Im vergangenen August war es dann endlich soweit, Khloe und Tristan durften ihren kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Wie sein Sprössling heißt, gab der Realitüster allerdings noch nicht bekannt, zumindest den Anfangsbuchstaben verriet Khloe aber jetzt. In der Vorschau der neuen Folge Sekar der Schehens wollte Kim alles über ihren kleinen Neffen wissen, wer werden wir ihn nennen? Das ist es. Was ich wissen muss, fragte die Ex von Kanye West, 45, aufregt. In dem Clip wird allerdings nicht gezeigt, wie sie ihrer Schwester antwortet, doch bereits bei der Premiere der zweiten Staffel deutete Khloe an, Dass der Name mit einem T beginnen wird, und fügte hinzu, das sind wirklich die einzigen Namen, die ich mir überlegt habe. Anführungszeichen. Auch können die Fans des Kardashian-Jenner-Klens einen kleinen Blick auf Khloe Sprössling erhaschen, die 38-Jährige ist in der Vorschau der Episode zu sehen, wie sie ihr zweites Kind neben Mutter Christiana, 67, und Schwester Kim Kardashian im Arm hält. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017